Du musst hier einfach nur die Wurzel ziehen. Ah, Wurzel ziehen. Da fällt mir ein, ich muss doch noch zum Zahnarzt. Oh Gott, ist er dumm. Du weißt, wie das geht, oder? Ja, safe. Kein Plan, ich rat einfach mal. Nee, Justin, die Wurzel kann schlecht größer sein als die Zahl selbst. Ah, ja, stimmt. Jetzt weiß ich's wieder. Junge. Ja, fast. Fast, da fehlt nicht mehr viel. Klar, Tipp, du liegst um zwei Ziffern daneben. Ja, stimmt, Flüchtigkeitsfehler. Puh, zum Glück hat sie das geschluckt. Ich glaub dir kein Wort. Ja, jetzt sind's vier Ziffern. Ja, sollte auch nur ein Witz sein. Sehr gut. Ja, sehr gut, Justin. Und jetzt das gleiche Spiel bei der nächsten Aufgabe. Ja, jetzt sind's vier Ziffern. Bhallarian. Ja, jetzt ist das so��te.